ARD Text im Auftrag von Funk Hoi Barry, sei geschickter Körbli? Lieber ein Körbli tragen als geropft und gestopft im Körbli liegen. Moment, wie meinst du jetzt das? Nur keine Panik. Wer interessiert sich bei so guten Schweizer Früchten? Schon für so eine Gans. Frech, hagel dich Barry. Feine Schweizer Apfel. Natürlich frisch und gesund.